Jo Freunde, herzlich willkommen beim neuen Part Let's Get A Platin GDF 5 GTA 5 wie man ja auch wollt und ja wir haben ein neues letzten Part guckt euch den bitte an, also wenn ihr gerade hier einschaltet, guckt euch bitte den letzten Part an, da gibt es viel zu erzählen von mir also wirklich viel zu erzählen Zukunft, Probleme, bla 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 alles und das ist halt ein ziemlich informatives Video für euch vielleicht als Zuschauer also von daher kann ich das wirklich euch nicht mehr empfehlen und ja dann kommen wir auch grad weiter hier zu und zwar ähm mach, hab in meinem letzten Part unseren ersten Triathlon gemacht und boah war das anstrengend, Freunde und ja jetzt machen wir weiter mit unseren Freizeitbeschäftigung, wir haben auch in dem letzten Part ne Trophäe, das Silbertrophäe freigeschaltet, worauf ich sehr froh drüber bin und zwar und zwar haben wir vielseitig talentiert freigeschaltet ich glaub, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaub das war die Trophäe, wo man in jeder Aktivität mit mindestens Bronze oder sowas bekommen sollte oder? ich würde auch jetzt gerne gucken wollen, aber geht grad schlecht, weil ähm ich spiele mit dem Playstation 4 Controller und der ist nur am Kabel verbunden und mit dem komm ich nicht in das wie heißt das Menü? XMB ins Menü komm ich halt nicht deswegen gucken wenn ich nochmal reinkomme so das ist vielleicht am besten oder? ich guck halt mal ne komm nicht rein von daher kann ich grad nicht nachgucken aber ihr wisst jetzt bestimmt, was das für ne Trophäe war oh Gott, den hab ich noch nie gemacht ich bin mal gespannt weiß ich nicht, muss ich das machen? und das mit dem Schlägen, na gut okay lass dir Zeit lass dir Zeit ich hab wirklich in meinem Kurzgespräch auf meinem Kurzgespräch meine Nürven sind schockt Gott, der ist nicht Gott, der ist nicht so ist das hier? zum Tee okay mit L kann wie geht's denn dann Schwung L hoch wenn du ein Schlägerrat nach oben bewegt hast um den Ball zu schlagen okay gut war das jetzt gut ihr wisst ja bisschen mehr Bescheid so und der Typ hat einfach mal 100% Stärke ich hab ja auch schwer gemacht zum Schlag kommen dann sparen wir uns jetzt mal stehen hingerende 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 er hat schon wieder 100% mich hätte es nicht gewinnert, dass der noch reingegangen wäre zum Schlag Hätte er dann vielleicht auch noch mehr machen können. Krasser Scheiß. Ich sehe das Loch gar nicht. Zurück. ich sehe das nur auf der Karte, aber... Uff... Da hab ich jetzt gar nichts gemacht mit. Klar, dass der ist Berlin. Klar, dass der mehr Punkte macht als ich. Das ist ja... zum Team. Ich spiele zum ersten Mal Golf hier in GTA. Wie viele Löcher gibt's? Sieben, oder? Kann das sein? Yeah! Wunder, brah! Das ist wie ich es spielte! Gut gemacht. Green in Regulation. So. Puh... Nein! Typ! Da hau ich ein paar rein. Da freut er sich dem Ekel, ne? Der Typ denkt sich, pff, ich bin ein KI. Das mach ich da oben mit links. Yes! Ah, es gibt ne... Okay. Mal kommen überspringen. Kennen wir ja schon alles. Krieg dir immer hundert Prozent. So, Freunde der Nacht. Vielleicht ist es diesmal mal nicht ganz so wichtig, dass ich hundert Prozent mache. Sondern vielleicht... So viel? Unklar. Unklar. Die Frage ist halt, wenn ich dann diesen grünen... Ist das... Ist das... Diese, ähm... Ich glaube es... Ich glaube es hapert, ey. Ist dieses, ähm... Gelbe da... Der perfekte Schlag, wo ich dann auf jeden Fall mit treffen würde könnte? Oder ist das einfach nur... So ungefähr, so viel. Okay, scheinbar ist ja der Boogie nicht gut. Perfekter Trip. Bounce, bounce, bounce. Gott! Wir haben einen neuen Stift. Vom Prinzip her ist es bestimmt noch ziemlich einfach. Nur, wie gesagt, ich mache es zum ersten Mal. Und keine Ahnung, wie das funktioniert. Perfekter Treffer, aber der sagt mir 95 Prozent nur. Gut gemacht. Green in Ungulation. So, aufpassen jetzt. Ich sehe das vor... Wenn ich... Also wenn ich jetzt hier auf dem Bildschirm normal gucke. Und auf das Feld. Sehe ich das Loch überhaupt nicht. Aber hier auf der Minimap sehe ich das. Man könnte eigentlich sagen, dass das schon ziemlich optimal ist. Wenn man da in dem gelben Bereich ist. Ich habe mal gleich viele Punkte gemacht. Du siehst da. Ich habe mal gleich viele Punkte gemacht. Und ja. So. 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 Mich hätt's nicht gewundert, wenn der auch perfekt jetzt getroffen hätte, ne? Also ich schlag, glaub ich, vom Prinzip her sogar ein bisschen weiter als der. Deswegen muss ich vielleicht diesmal... 90% mal... Green in Regulation. So. Da ist das Loch. Uff! Was? In wir gehen! In wir gehen! Ich frag mich, wie kann man denn hier Hole-in-One machen? Ist das möglich? Ja, da vielleicht... Das wär's! So, jetzt guck ich mal hier rechts oben nach den... Der Trall ist ein bisschen links. Vielleicht müsste ich so spielen. Also der Wind. Guck ich einfach mal... Schwupp. Okay. Dann doch ein bisschen zu weit. Vielleicht... So. Ich hab's nicht mehr. Ja, das ist gut. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr. Ich hab's nicht mehr! Danke und gute Nacht. Das ist das, bevor du es spielst. Oh, zu viel. Nein, oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war auch wieder, oh mein Gott, wie ich gerade verspiele. Oh, wow, sorry. Da hält sich auch mal das Loch. Das war zu viel. Komm, mach das Ding einfach rein und fertig. Ja, du machst das Ding rein. So. Schwer ist ja noch ein bisschen zu schwer für mich. Gebe ich offen und ehrlich zu. Ich habe gar nicht drauf geachtet, was hatte ich denn gehabt bei Freizeit und Zeitvertreib. Habe ich gar nicht mehr einen Sinn. Wie viel war das denn? Huh, das war close. Nur nicht in den Sand. Ja, komm, wir sind eh, dass du besser bist als ich. tja, da hat der Busche übertrieben. Tja. Ja. Tja. Und... aaaah... Huuuuh... Paar. Ich denke mal der macht auch ein Paar, der haut das Ding da jetzt rein. Easy peasy, ja. Logisch. Putsch. Hm 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 hm. Juhu. Hm hm. Ah, das war nicht geplant, nicht 100%, weil ich hab da oben den Wind mit dem Trall hab ich halt gesehen. Und da hat er gesagt... Logisch. Klar. Warum auch nicht? Oh, zu viel. Oh, komm schon. Ach, da freu ich mich wenigstens trotzdem bei einem Paar. Hat es jetzt gezählt? Ähm... Ich denke schon, oder 34 war mein letztes. Mal gucken mal, dass wir nochmal hier zum Triathlon kommen. Da fliege ich aber schon nicht dann hin. Moment. Wo ist mein Ding? Freunde. Wo ist mein Heli-Platz? Das war doch mal hier, oder nicht? Verrückt. Oder muss ich das gewinnen? Oh, shit. Dann mach ich das sonst mal irgendwann mal so und dann mach ich das auch leicht. Ich denke mal, vielleicht ist es relativ gut machbar. Ähm... Muss ich mal gucken nachher in der Aufnahme, wie viel ich da am Anfang hatte. Ich weiß es ja jetzt schon nicht mehr. Boah, das ist echt... ...ne ätzende... ...Bedienung des Upgrade. Das ist nicht cool. Das ist schwer zu kontrollieren gerade. Was ist das jetzt? Ja. Da haben wir's. Ja, da ist der Heli-Platz. Opti-Mopti. Ab der Fisch. Uff. Moment. Da bin ich eine. Hier. Von hier da irgendwie. Tut mir leid. Tut mir leid, ich bin Arzt. Lass mich durch, durch. Oh, komm schon ein bisschen. Aus. Dann markier ich das mal jetzt hier. Was ist da oben noch? So. Und los geht's. Und los geht's. Ja. Freunde. Mal gucken, was wir jetzt aus diesem Triathlon mitnehmen können. Leider bin ich immer nicht geschlauer geworden. Ob ich das abschließen muss, das Golf. Ich muss das nochmal im... Dings nachgucken. Im Guide. Ob ich da wirklich auch die ganzen Tennis-Spiele da machen muss. Da werden auch wieder einiges an Zeit... Einheiten drangehen müssen. Also wird auf jeden Fall einiges an Zeit drangehen. Ja. Wie gesagt, ich würd's halt gerne vermeiden. Weil nach dem 100 Prozent... Ich denk mal, da kommt es ja alle, was dann kommt. Dann kommt das Zeug mit Kiflom. Und... Hab da nicht gesehen, ne. Sowas werde ich dann in Angriff nehmen. Ich bin noch überlegen, dann auch... Ich muss hier noch die ganze Karte machen. Freischalten quasi. Und dann geht's ja los mit Online. Das hab ich ja schon... Wie oft auch schon angekündigt, dass ich online hauptsächlich an Streamen werde. Also hatte ich vorgehabt. Und ein paar hier und da mal ein paar coole Szenen vielleicht dann mal... Wirklich dann auch... Auf YouTube stellen. So... Ich weiß nicht, so Best-Of... Best-Of-Sachen oder so. So. So, ich land dann einfach mal hier und so. So. Jetzt mach ich wieder meinen... gemütlichen... Park-Beendungs-Marathon. Wie der einfach umfällt. Der will mich schlagen. Typ. Der will mich nur schlagen. Das ist ein Typ. Ja, den kennen wir ja. Und... Los geht's. Und... Ja, den kennen wir ja. Das war so... Alles gut, Freunde. Alles gut, Freunde. Alles gut, Aales Guuuut! Alles gut, Aales Guuuut! muss ich denn zu extrem x drücken oder kann ich das noch nicht in dem tempo x drücken also guck dem tempo ich weiß nicht ob das hört durch das blattstern vielleicht durch den ingames haben noch das tempo oder das tempo weil so habe ich ehmals gespielt mit dem tempo quasi das ist einfach mal ich brauche jetzt bei diesen lockern gang weil im lockern gang ist es eigentlich pustekuchen wenn ich jetzt hier nur so sitzen müsste und drücken müsste das ist eigentlich relativ easy sage ich jetzt mal aber wenn ich jetzt halt so drücken muss da ist schon gewaltig druck hin aber ich denke mal so komme ich auch ganz gut klar ich denke mir zum einen ja warum ist man sucht ja schon doch bestätigung wenn man schnell drückt schnell x drückt das ist ja auch schon da macht also ich weiß nicht wenn ich jetzt hier so ganz langsam x drücken würde wäre genug intervall zeit in dem wald dazwischen ja kommt ja schon dass er dann kurz mit dem tempo aufhört wisst wie ich meine weil wenn du dauerhaft hier so richtig schnell x drückst dass dir fast der daumen abfällt dann ist ja keine zeit dazwischen zwischen diesen pausen da muss ja dann dauerhaft an diesen scheißmann also das ist eigentlich schon sinnvoller schon sinnvoller schneller x zu drücken ich werde mit euch jetzt zischt hier eh gleich wieder einer übelst ab wie eben letzten part der ging ab wie schmids katzen ich habe nicht mehr eingeholt bekommen aber dabei war dann richtig langsam im rennen ab ab wie jetzt die ist es genau am liebsten ab wie jetzt mal langsamer und gehen wir haben da eben sprengt richtig zur sache Komm schon, schau da! Los geht's, ab der Meda. Das finde ich jetzt am anstrengsten, dieses Rennen. Also diese Sprinten jetzt hier. Vielleicht muss ich mich gar nicht so schnell trocken, dass mir fast der Daumen abfällt. Aber scheiß drauf, mir macht es einfach Spaß. Aber gut, es scheint so, als würde ich einen Sieg auf mit dem Heim nehmen. Hey, guten Rund, gestern. Optimal. Okay, Freunde. Soll ich jetzt schalte ich wieder ein neues frei, oder? Ja, sicher. Wo ist das diesmal? Oh, gleich in der Nähe, oder was? Ja, tatsächlich. Okay, Freunde, dann mache ich hier erstmal einen Cut. Und hoffe, es ist uns dann nicht weiter. Das heißt, let's get platting, gdf5, tf5, 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 tf5.